Ein Ford Tourneo steht hier zum Verkauf. Der weiße Van ist 5-türig, bietet Platz für 5 Personen und hat einen großen Stauraum. Der Van verfügt über zahlreiche Ausstattungsdetails wie ESP, Physiofix, Kindersitzbefestigung, Start-Top-Automatik, Bordcomputer, elektrische Fensterheber und vieles mehr. Das Schaltgetriebe überträgt eine Leistung von 101 PS. Der angegebene Verbrauch des Benziners beläuft sich auf 5,6 Liter pro 100 Kilometer. Der Online-Preis des Wagens beläuft sich auf 15.869 Euro. Kontaktieren Sie uns. Wir beantworten gerne Ihre Fragen. Autohaus Ködler. Ständig 1000 Ford auf Lager. Größte Auswahl. Bester Preis. S tool. 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 S put. Sssal arr hast EUR meines. S. S ¡ unaAlrightいました, estamosın F себя. 1 popatodo.